Ja, die habe ich schon, aber ich werde mal mir Zügel anlegen und die Briten frei entscheiden lassen. Ich habe eine Hoffnung, also ich hoffe, dass sie bei uns bleiben, so wie ich es damals in der Rede gesagt habe. Aber was Europa betrifft, wissen Sie, ich glaube, ich würde heute eine andere Rede halten. Damals habe ich Banner aufgepflanzt. Ja, Europa und Evercloser, immer intensiver miteinander. Heute würde ich sagen, lasst uns den Arbeitskittel anziehen. Da gibt es etwas, was wir heilen müssen, was wir verbessern müssen, wo wir miteinander neu diskutieren müssen. Dass die einzelnen Bevölkerungen, denn die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerungen sind im Moment das Problem, dass wir stärker wieder mit denen das Gespräch suchen. Habt ihr wirklich Angst, dass ihr nicht mehr Polen oder Briten sein könnt? Also ist es so, dass man euch eure nationale Identität wegnimmt? Müsste man...